willkommen ihr leben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ich bin heute mal bei den herausforderern war ich jetzt schon ein bisschen länger nicht und aber ihr kennt das sicherlich klang krieger klar kennt die klarkriege aber dieses mit fiebern im klarkrieg wird der angriff was was macht der gegner ist immer wieder spannend und vor allen dingen so in den letzten sekunden wenn da noch ein paar leute irgendwie angriffe auf haben oder sagen wir mal in den letzten minuten und du weißt jetzt nicht greifen die noch an machen die noch was schaffen die vor allen dingen noch was aber in anlehnung an die folge von gestern habe ich hier in im klarkrieg auch die drache mal bemüht auch hier im rathaus elf bereich habe ich gedacht kannst du ruhig mal nutzen also erstmal so ein bisschen ein bisschen frei fahren hier um dann den weg in die mitte zu ebnen den vielen vielen drachen slammer mit hinterher und den worten ja ein bisschen klar bekam kam mir dann natürlich entgegen und der gift war er suboptimal war wirklich nicht gut aber ist nicht so schlimm bei den drachen die machen zumindest den baby drachen relativ fix weg und mein slammer fliegt hier fast durch die gesamte base ich habe hier auch den betz bell mit dabei gehabt mal so mal so ist immer unterschiedlich aber hier passt das von von der base seht ihr den flugweg jetzt der der betz ist eigentlich ganz gut denn die machen mir schon relativ viel die fans weg magiertum ist weg jetzt kann ich mir erst ein bisschen zeit lassen mit dem zweiten frost und der muss nämlich jetzt kommen denn der zweite magiertum schießt in jedem fall darauf aber jetzt habe ich auch kein frost mehr es ist aber nicht so schlimm dass ich jetzt kein mehr habe denn der ane luftmine erwischt mich da glaube ich nicht da hat mich glaube ich eine luftmine erwischt direkt vor dem bogenschützenturm ja 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 ich schade schade ist aber nicht so schlimm gewesen denn meine loons machen jetzt die letzte defense und ich habe ich eigentlich gedacht time fail time fail hier unten die bauhütte ja schon eine krise gekriegt aber ich habe gedacht der bogie dreht bestimmt um wenn jetzt die kaserne weg ist und nicht nur der bogie sondern auch der drache okay glück gehabt aber da ist immer noch eine immer noch eine bauhütte in der ecke da habe ich mal wieder nicht daran gedacht die vielleicht mitzunehmen oder die drachen hier hinten habe ich sie in den enken starten lassen nur hier ich wollte ja jetzt nicht von der anderen seite kommen weil dann hätte ich komplett gegen den fehler wieder fliegen müssen und das wollte ich natürlich nicht und ja so viel wird man dann hier auch ein angriff entgegen habt es bestimmt an der zeit gesehen es war wirklich wirklich eng aber es hat funktioniert und also wie gesagt noch mal in anlehnung an gestern drachen kann man durchaus nehmen im rathaus elf bereich auch denn auch die treffer punkte die der drache dazu bekommen hat muss der gegner erst mal runterschießen ich muss mal gerade gucken wie viele drachen hatte ich jetzt aber ich glaube auch zehn stück und oder waren es etwas mehr die 10 10 drachen und ein paar loons in der klan burg plus ein fleer muss sauber aber es gab ja noch ein bisschen mehr zu sehen hier wo man einfach mal so ein bisschen mit gefiebert hat hier und denn die bases waren sehr schwer die bases waren sehr sehr schwer also zumindest für unsere bereiche also oder für unsere reichweite wir sind ja jetzt ja auch nicht so die pros aber ihr seht schon hier die 10er base hier anti drei sterne mit mess bowlern und hexen riesen natürlich davor ja der einsatz der karre war sicherlich nicht schlecht die tankt jetzt allerdings ein bisschen mit ist natürlich mal schick wenn dann ein paar riesen vor sind oder so dass die ultra ultra weit durchfährt aber sie kommt ja auch relativ weit in die mitte und ist jetzt allerdings schon an das gerade noch so gepackt vom inferno her denn beide standen hier auf single und jetzt hat er aber kein doch da hat er doch noch ein sprung zauber habe ich jetzt gar nicht gesehen mal sehen außen gehen hexen mit so ein paar bowler zumindest an beiden außenseiten und hier unten ploppt jetzt die tesla farm auf ist aber nicht so schlimm denn die teslas die tesla die tesla machen natürlich nur punktschaden und gegen die masse der hexen hier beziehungsweise der skelette vor allen dingen richten die dann auch nicht mehr so viel an sie zweimal gefährlich aus aber wenn es denn die masse ist die hier noch durchgeht dann packt man das und das sieht ja auf jeden fall sehr sehr gut aus gegen die doch sehr starke starke 10er base aber ich glaube das design kommt mir so ein bisschen bekannt vor muss ich sagen habe schon mal irgendwo gesehen aber sei es drum hellfire 11 auf 11 wir haben hier im zehner bereich muss man wirklich wirklich hart kämpfen und im neuner bereich hatten wir glaube ich unten nur ein neuner der rest war hier schon zehn und haben wir alles nicht gepackt das mussten unsere zehner machen war schon also der clan ab abra singe war sicherlich nicht schlecht beziehungsweise ist sicherlich nicht schlecht denn mit über 300 siegen da konnten wir jetzt nicht ganz mit anstinken wussten die schon was die was die uns antun können sagen wir mal so und queen hat er noch nicht mal gezündet okay ich nenne das immer so kleine demütigung am am gegner wenn man irgendwas nicht zündet oder irgendein zauber mal so ein bisschen wechs weckt ratos 11 auf ratos 11 hier sind wir jetzt schon ein höher und 9 auf 8 aber also ihr seht das schon waren 15 in der klankriege im moment spielen wir komischerweise nur kleine klankriege irgendwie werden wir zur zeit nicht nicht wesentlich mehr als 30 leute ich glaube wir sind 31 im moment und ich will jetzt nicht sagen dass uns der ratos 9 nachwuchs fehlt also ratos 8 fehlt uns nicht da haben wir immer noch ein zwei stück die wir aber dann nicht in den klankriegen einsetzen aber sonst mal so ein mismatch bekommen und deswegen geht hier sicherlich was die bude muss man wieder ein bisschen voller werden so schön für ein 30er ck oder so muss man sehen wie wir das wie wir das anstellen und dann da muss ja ein bisschen die werbetrommel rühren aber ich lehne ich lehne hier auch gerne ab also das habt ihr auch in den letzten wochen sicherlich mal gemerkt wenn ihr euch beworben habt also so ganz ganz rasch mäßig geht es geht sie nach nach wie vor nicht denn dafür ist der ganze club hier so ein bisschen ich will mal sagen nicht also wie es gibt hier glaube ich keine energy keine röscher und wenn wenn wir dann sowas hier in den clan rein bekommen sei es drum wie gut auch immer dann passt das manchmal nicht dann passt das manchmal nicht und aber mit meinen hier hat das scheinbar gepasst vom lord of war und da ist ein bisschen unglücklich da muss müsste man eigentlich auch ein bisschen mitzählen wenn man truppen und zauber setzt dass der adler nicht gleich auf die meute der der meiner geht und unter rumballert sondern vielleicht erst auf die queen oder auf den king aber in der mitte sieht das noch ganz gut aus aber der adler ball hat immer noch die ganze zeit und jetzt nimmt sich die queen erst den adler vor dies aber auch ganz gut gelaufen und ich habe gestern übrigens ganz ganz vergessen etwas zu tun das mache ich in jedem fall am ende der folge also ich muss mich dann nur noch mal daran erinnern dass ich das auch tue das habe ich gestern habe ich wieder einen satz gebracht ich muss noch was machen und da mache ich nicht das passiert mir auch sehr sehr häufig dass ich irgendwas sage und es dann gar nicht tue ich meine ich tue es dann aber ich tue es dann nicht in einer aufnahme obwohl ich es eigentlich eine aufnahme machen wollte naja anderes thema außen jetzt noch die kanonen bei der queen und mal keine riesenbombe mal keine riesenbombe das ist auch eher selten dass die queen wenn sie gezündet wird nicht in irgendeine riesenbombe tapst mit ihren kleinen bogenschützen aber die masse der miner macht sie einfach und es ist schon eine starke truppe sind ja vom nerfen oder vom baffen nicht betroffen gewesen und sie sind also nach wie vor genauso stark oder je nachdem der eine oder andere sagte die sind zu schwach aber ich glaube nicht dass die meiner zu schwach sind und nerf buff buff nerf ja ihr wusstet genau gestern was ich in der folge damit sagen wollte natürlich wurden einige sachen gebufft und einige sachen wurden genervt ich verstehe das schon aber ich habe den nerf jetzt mal als positiven nerf gesehen und dementsprechend wurde hier ja etwas positives genervt und es wurde etwas positives gebufft so will ich es mal sagen immer noch rathaus 11 auf rathaus 11 der max hier der max und diesmal mit bowler hexen riesen unterwegs eigentlich sein max so ein bisschen ein bisschen hock verliebt auch also der macht auch sehr sehr viel mit mit hockradern aber guckt euch das an was es hier an feuer gibt in der base und das schon das schon im norm erst erst mal hier rein zu kommen und einsatz der karre ist immer fraglich zwei mauern immerhin immerhin geschafft aber er lässt sich da wirklich komplett jetzt im inferno turm sage ich mal ausbrennen beziehungsweise da waren jetzt glaube ich valküren drin so wie ich das gesehen habe und ein ein eis golem und der rest muss ich jetzt durch die mitte quälen da war ein hund noch zusätzlich mit in der clanburg ist immer ein bisschen nervig die queen hüppelt dann oftmals hinterher aber die hexen machen natürlich auch ein bisschen schaden gegenüber den welpen und beziehungsweise machen dann ja auch sie können ja gegen luftziele kämpfen und auch hier mit dem betzbell schön gefrostet hier muss jetzt sogar zweimal den frost ansetzen gegen den magerturm aber der andere auch dreimal sogar dreimal gefrostet okay da ist also ich finde ich zu schade und wollte unbedingt seine bets hier im spiel halten hat er glaube ich auch ganz ganz gut gemacht und ihr habt das ja bei mir auch gesehen bei den angriffen auf rathaus 12 dass ich mir auch eigentlich für nicht zu schade bin also auch mal ein feger zu frosten oder so aber er hatte ja reichlich wieviel frostdauer waren dass ich glaube vier stück hat er jetzt genommen und die luftabwehr ist natürlich nicht mehr so schlimm schafft sicherlich jetzt sind die eine federmaus noch jetzt muss aber allerdings noch ein bisschen für clean up sorgen und ach hier hier unten steht ja doch noch ein bisschen was sehe ich gerade wie ich überlege jetzt gerade wie er das noch gepackt hat 53 sekunden denn es war in jedem fall drei sterne angriff hier aber der war dann auch von der zeit wahrscheinlich wieder super super eng da hat er noch eine hexe da hat er noch magier hier unten fängt ein bisschen mit clean up an dass die truppen hier nicht noch mehr machen müssen um an die beiden letzten verbleibenden defenses zu kommen aber auch hier mit dem bogenschütz sind aber jetzt wollen die da noch mal komplett durch die durch die gesamte base durch als als wenn die nicht außen rumlaufen könnten ja alles klar dicke dicke bombe da und jetzt müssen die skellys hier reißen und der worden muss es reißen der worden ist sie der der chef im ring bei diesem angriff hier mit seiner range und jetzt hilft er dann noch ein bisschen bei der mauer aber unten ist jetzt der magier mit einem bogenschützen mit einer oder zwei bogenschützen und so hat er das hier gepackt 100 prozent also elf auf elf hier seht schon und ihr hört schon wir nähern uns so ein bisschen der spitze und auch hier im oberen bereich zwei auf vier das ist rathaus zwölf auf rathaus elf hier waren schon zwei sterne drauf und auch da muss man oder beziehungsweise das kennt er sicherlich auch aus euren clans man muss ihren irgendwann muss man sich ja entscheiden oben auf die erste base war nur ein stern drauf auf rathaus zwölf entweder schaffe ich den zweiten stern beim rathaus zwölf oder aber ich schaffe drei sterne auf rathaus elf ein dip gelingt nicht immer also auch auch mir gelingt das nicht immer allerdings sagt man immer gerne egal was was der elfer für eine base hat mit elektro drachen geht da vieles und ich tippe die auch ganz gern mit elektro drachen aber wenn man das nicht nicht so oft macht und eigentlich so ein bisschen so der erdkämpfer ist sage ich mal dann tut man sich auch manchmal ein bisschen schwer aber der mortus hier hat sich lieber gesagt ich versuche lieber drei auf den elfer als dass ich jetzt zwei offen zwölfer vielleicht dann auch doch nicht ganz schaffe und aber doch schon sehr sehr dominant hier würde ich mal sagen mit den elektro drachen also die fliegen hier echt muss durch slimmer noch nicht mal aufgegangen ich weiß gar nicht ob er den noch aufmacht ich sehe den angriff jetzt auch zum ersten mal denn manchmal gucke ich auch gar nicht hin wenn es wenn die ergebnisse so eng werden dann dann bleibe ich lieber weg weg vom angriff und aber das hat er gut gemacht hier mit 100 prozent die hinten noch die kleine meisterhütte aus dem aus der arbeiter basis und ja wenn man ja mal so fiebert ihr seht dass 39 38 haben wir gewonnen aber ich hätte fast gesagt eigentlich haben wir verloren denn es war so ultra eng der oder der zweite vom gegner hatte noch einen angriff offen den hat er sich bis ganz zum schluss offen gelassen und hat unseren kleinsten ratos elfer angegriffen den home button hier 98 prozent und auch da habe ich nicht hingeguckt ich habe echt nicht hingeguckt denn die wand also der gegner war prozentual vor uns mit 90 prozent und beim 39 38 auch und hätte eigentlich nur den einen stern haben müssen aber mit 98 prozent so ein lack ich konnte hier unten noch mal auf und auf den 10er dippen hier also das meinte ich eigentlich mit so viel was einfach mit und ich bin dann auch ich bleibe dann auch einfach so auf der karte und gucke ein stern der nächste stern und der dritte stern wollte nicht der dritte stern wollte einfach nicht fallen haben wir cool gemacht hier muss man so sagen und auch glückwunsch an den gegner war wirklich ein spannender fight hier oben mussten wir die base einfach offen lassen und im unteren bereich konnte man wirklich kaum was machen mit unseren neunern das war die einzige neuner base ihr seht das hier klaus kinski musste die machen der ist auch ein rathaus 10 aber was ich auf jeden fall nicht vergessen wollte ist ich muss jetzt mal meine queen equippen denn ich habe mir noch gar nicht vom pass den ja ich habe mir muss doch den pass geholt mit meinen beiden hohen accounts aber ich habe hier die bogenschützen könig noch gar nicht equippt das ist mir die tage erst aufgefallen vielleicht bringt das ja auch doch noch mal ein bisschen glück obwohl ich das eigentlich mochte hier mit den zöpfen fand ich eigentlich immer fand ich ganz schick und dann testen wir die mal aus hier mal sehen wie das in den nächsten klankriegen wird und weil ich es auch vergessen habe denn dass es während der klankriegsliga passiert wir sind rathaus 11 gewonnen ja wir sind rathaus 11 geworden ist glaube ich so ein bisschen an allen vorbeigegangen mit nur 67 gewonnen kriegen sind wir hier rathaus sind sind wir klaren level 11 ich hatte die tage einen klaren level 15 die hat glaube ich auch nur 90 siege oder so aber ihr seht das hier in unserem log sieht es eigentlich immer noch ganz gut aus mit 67 win 36 verlorenen klarkriegen ist das glaube ich ganz stabil und vor der liga haben wir ja so rot grün rot grün ok kleiner kleiner ampel effekt aber ich hoffe die folge zum wochenende hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir am ende ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und die glocke stellen damit ihr keine folge mehr von mir verpasst ich verbleibe und wünsche euch ein schönes wochenende euer toto